Kommt mit! Ich bringe euch zu Goltans Hof. Lasst alles zurück, was ihr nicht braucht! Du weißt, was du zu tun. Clive, ich fürchte, die Zeit des Abschieds ist gekommen. Die Herrscher des Richters ziehen immer engere Kreise. Wir müssen handeln. Auch wenn ich es nicht immer gezeigt habe, möchte ich dir etwas versichern, bevor wir aufbrechen. Ich vertraue dir. Genau wie dem alten Sid. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Und ich verstehe nur zu gut, was in dir vorgeht. Aber ist Rache wirklich die Antwort? Auf meine Fragen schon. Nur dafür habe ich seit jenem Tag gelebt. Was wird aus Kielbrück? Aus deinem Werk hier? Es hat seinen Zweck nun erfüllt. Ich habe alles hier für diesen Moment aufgebaut. Meine Kameraden und ich sind uns einig, wofür wir kämpfen und stehen dahinter. Komme, was wolle. Aber unter uns sind auch Menschen, die nicht kämpfen können. Kinder. Alte. Träger, die der Fluch geschwächt hat. Ich könnte ihnen Kielbrück überlassen, nur würde ihnen das nichts nützen. Denn ein Dorf, in dem nur Schwache und Kranke sind, würde nicht lange eine sichere Zuflucht bleiben. Daher, Clive, wende ich mich mit einer letzten Bitte an dich. Nimmst du sie in deinem Versteck auf, damit sie unter deinem Schutz weiterleben können? Natürlich. Danke. Es beruhigt mich, dass ich mir um das Wohlergehen meiner Schützlinge keine Sorgen machen muss. Sie haben sich bereits alle auf Goldthorns Hof versammelt, für den Fall, dass die Schwarzschildi einfallen sollten. Verstanden. Ich sorge dafür, dass sie das Versteck erreichen. Somit steht meinem Aufbruch nichts mehr im Weg. Leb wohl, Clive. Möge Gvigor uns leiten. Uns alle. Quinten schickt mich. Er will, dass ihr mit mir kommt. Er kann nicht länger für euren Schutz sorgen. Ich schon. Darum bringe ich euch in unsere Zuflucht. Wenn Quinten das entschieden hat, kommen wir natürlich mit. Sid. Ohne Quinten würde keiner von uns heute hier stehen. Wir schulden ihm unser Leben. Also werden wir ihm nicht vorschreiben, was er mit seinem machen soll. Aber wenn er denkt, wir wären in Kielbrück nicht mehr sicher, dann nur, weil er nicht damit rechnet, lebend zurückzukommen. Hoffentlich kann er wenigstens seinen Plan zu Ende bringen. Damit die Gerechtigkeit am Ende doch noch siegt. Wollen wir es hoffen. Hey! Wo sind die anderen? Sind sie etwa schon weg? Ja, sie sind mit Quinten zusammen aufgebrochen. Nein! Verdammter Dreck! Was ist los? Ich komme gerade vom Gutshof des Richters. Quinten muss den Angriff abblasen. Das Anwesen wird nicht nur von Schwarzschilden beschützt. Da ist auch eine Art Wachhund. Ein verfluchtes Monster. Gegen diese Bestie haben sie keine Chance. Wir müssen sie warnen. Sonst werden sie alle sterben. Nein. Das können wir nicht zulassen. Sid, kümmere dich nicht um uns. Geh schnell und warne Quinten. Er darf nicht sterben, ehe dieser dreckige Bastard tot ist. Verstanden. Ich versuche es. Wo ist dieser Hof? Er liegt in einem Wald im Osten, weit hinter Kielbrück. Himmelshall heißt er. Beeil dich, Sid. Du musst Quinten retten, bitte! Quinten, du lebst noch. Ich, ich lebe noch. Aber meine Kameraden habe ich alle verloren. Sie folgten mir, ohne jemals an mir zu zweifeln. Und ich führte sie in den Tod. Das ist wohl der Wachhund, Quinten. Finde den Richter. Geh schon. Aber? Deine Kameraden haben für dich gekämpft. Für deinen Plan. Sie sollen nicht umsonst gestorben sein. Du hast recht. Auf in den Kampf. Also war es gar kein Wachhund. Nein. Nur eine gute Bestie, die sterben muss. Ja! Ja! Deine Kameraden haben! Dene! Geh! Das war's für heute. Das war's für heute. Genau wie in meinen Träumen, Nacht für Nacht. Alles dafür. Die Zuflucht in Kielbrück. Die Träger, die ich befreit habe, um sie für meinen Plan zu gewinnen. Nur für diesen Moment. Gerechtigkeit, oder? So glaubte ich. Meine treuen Kameraden. Sie gaben ihr Leben, alle. Damit ich einen Mann töten kann. Quinten. Quinten! Oh, Gregor sei Dank. Du lebst noch? Du zum Glück auch. Es tut mir so leid. Ich... wollte euch warnen vor diesem... Biest. Leider war das nicht alles. Ich hab schlechte Nachrichten. Kielbrück... schwimmt in Äther. Was? Oh nein. Nein. Meine Kielbrück. Das sind Schwarzschilder. Sie müssen uns knapp verpasst haben. Und dann kam die Flut. Es könnte noch jemand drinnen sein. Warte, Quinten! Verdammt. Dem Äther hält Quinten nicht seine Stadt. Dann sollten wir uns beeilen. Da, Torne! Hier drüben! Sieh! Bleib fliegen! Hier drüben! Zubia flammert! Daffogger! Ich werde dich hier ausholen. Quinten muss aus dem Ätherhaus. Quinten! Quinten! Sieh mich an! Er lebt noch. Es ist nicht zu spät. Ich hole dich hier raus. Ich hole dich hier raus. Willkommen zurück unter den Lebenden. Was ist mit Kielbrück? Vollständig überflutet mit Äther. Ja. Verstehe. Jetzt ist alles vorbei. Mein Weg zur Vergeltung? Ein Pfad der Verwüstung. Du hast viel durchgemacht, Quinten. Du brauchst jetzt vor allem Ruhe. Warum? Mein Leben hat seinen Sinn verloren. Was bleibt ist nichts als Leere. Ich... Ich habe keinen Grund mehr zu leben. Was redest du für einen Unsinn? Was ist denn mit uns? Warum hast du uns befreit? Wir wissen, dass wir mehr für dich sind als bloße Werkzeuge für deine Rache. Ich hatte Angst um dich, Quinten. Ich bin so froh, dass du lebst. Ich habe für dich gebetet. Bestimmt hat das geholfen. Wird jetzt wieder alles wie vorher? Können wir wieder mit dir zusammenleben? Dein Lebenswerk ist noch nicht vollbracht, Quinten. Wir sind dir gefolgt, weil wir dir vertraut haben. Und das tun wir noch immer. Kielbrück magst du verloren haben. Nicht aber deine Kameraden. Sie verlassen sich noch immer auf dich. Aber warum? Sie müssen verrückt sein. Warum sollte mir noch jemand vertrauen? Weil wir eine Familie sind. Familie? Ja. Und so haben das auch die anderen gesehen, die dir gefolgt sind. Kielbrück war mehr als nur eine Siedlung. Es war eine Gemeinschaft. Richtig. Und solange wir einander haben, bleibt das auch so. Wir fangen von vorn an und bauen ein neues Kielbrück. Hier, auf diesen Hügeln. Ein Neuanfang. Ein altes Leben endet, doch ein neues beginnt. Warum sollten wir nur eine Siedlung bauen? Warum nicht gleich eine Stadt? Uns hält nichts auf. Das ist der Anführer, den wir kennen. Nein. Ich bin niemandes Anführer. Ich bin einer von euch. Schließlich sind wir eine Familie. Oder nicht? Danke, dass du diese Leute aufnehmen wolltest. Aber wie du gehört hast, bleibt meine Familie hier. Mit mir. Das freut mich zu hören. Allerdings hast du eine Belohnung für deinen Einsatz verdient. Du hast mich zweimal gerettet, wenn nicht noch öfter. Zu etwas gutem Wein würde ich nicht Nein sagen. Die Bitte erfülle ich dir gern. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Jahrgang der bislang beste werden wird. Du musst dich nur noch ein wenig gedulden. Darauf warte ich gern. Einfach ein. ... Ah, Clive. Genau dich wollte ich sprechen. Ja? Was gibt es? Einige von Sir Waits Hütern sind doch seit den Angriffen der Akasischen hier einquartiert. Tja, nun ist auch der Rest gekommen. Das Lazarusviertel ist wohl einer Ätherflut zum Opfer gefallen. Natürlich habe ich nichts gegen ein paar mutige Jungs, die uns die Bestien vom Leib halten. Wir profitieren davon. Aber wir haben hier nicht genügend Betten. Die armen Kerle schlafen auf Heuböden und in Schokobo-Ställen. Ich würde ihnen ja eine eigene Unterkunft bauen. Aber wo soll die hin? Es gibt hier oben einfach nicht genug Platz. Und jetzt sitzen wir in der Klemme. Die Leute, auf die wir zählen, um uns zu beschützen, leben wie Bettler. Verstehe. Und es sind nicht nur sie. Die Träger brauchen auch Platz. Immer mehr von ihnen tauchen hier auf, in der Hoffnung, Zuflucht zu finden. Aber wir platzen hier wirklich schon aus allen Nähten. Wir können sie ja schlecht übereinander gestapelt schlafen lassen. Die Neuankömmlinge verdienen ein richtiges Zuhause. Und das ist es, wobei ich auf deine Hilfe gehofft habe. Wenn es keine zu große Last ist. Natürlich nicht. Danke, Clive. Und wo soll dieses neue Zuhause entstehen? Nun, ich denke, am besten dafür geeignet wäre wohl Eastpool. Eastpool? An den Ort habe ich wirklich schon lange nicht mehr gedacht. Eine Tragödie, was passiert ist. Hätten wir irgendetwas dagegen tun können, dann hätten wir es versucht. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Die Ermordeten hätten nicht gewollt, dass wir ihr geliebtes Dorf dem Verfall überlassen. Da hast du wohl recht. Die Fäule nähert sich zwar, aber ich glaube, dass noch gut ein paar Jahre Zeit bleiben. Es gibt nur ein Problem. Eine Bande Halunken hat sich dort eingenistet und macht keine Anstalten zu verschwinden. Üble Gesellen, sage ich dir. Sie versetzen die ganze Gegend in Angst. Ich hätte sie längst ausräuchern lassen, wenn meine Leute nicht schon genug mit den Akasischen zu tun gehabt hätten. Aber jetzt können wir auf ein paar weitere Hüter der Flamme zurückgreifen. Es ist an der Zeit zuzuschlagen. Was meinst du? Willst du den Überfall anführen? Gern. Eastpool war die Heimat vieler guter Menschen. Banditen haben dort keinen Platz. Ich verjage sie nur zu gern. Die Männer werden dir mit Freuden folgen. Ich habe bereits mit Sir Wade darüber gesprochen, wie wir den Ort zurückgewinnen können. Ich denke, er hat auch ein paar eigene Ideen. Sprich doch mal mit ihm. Mach ich. Zurück nach Eastpool also. Noch nicht. Erst reden wir mit Sir Wade. Sir Wade. Schön, euch zu sehen. Und euch, Lord Rossfield. Und euch. Ich komme von Marta. Sie sagt, ihr wollt Eastpool befreien und euch dort niederlassen. Das ist richtig. Doch es war eigentlich ihre Idee. Ich fürchte, dass meine Männer ihr ein wenig auf die Füße getreten sind. Und auch sich gegenseitig. Dann sind da noch die Träger. Männer und Frauen, die den Mut hatten zu fliehen und hier Zuflucht fanden. Wir müssen sie irgendwo ansiedeln. Und es gibt schlimmere Orte als Eastpool. Das stimmt. Deshalb helfe ich euch bei der Rückeroberung. Das höre ich gerne. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Mit euch an unserer Seite schlagen wir dieses Gesindel sicher schon bald in die Flucht. Also, wie ist die Lage? Zum Glück sind es nicht allzu viele. Gezählt haben wir weniger als ein Dutzend. Weniger glücklich ist leider, dass es auf der Straße dorthin von Akasischen nur so wimmeln wird. Ein kleiner Trupp würde ausreichen, das Dorf zu räumen. Aber wenn die Akasischen ihnen folgen, könnten diese Männer sich in eine ganz schwierige Situation hinein manövrieren. Ich kümmere mich um die Banditen in Eastpool. Ihr und die Hüter bleibt außerhalb und wehrt alle Akasischen ab, die zu nahe kommen. Damit ich nicht überrascht werde. Ich kann nicht zulassen, dass ihr so viel riskiert, Milord. Die Akasischen sind gefährlicher. Mit Banditen komme ich klar. Nun, wie ihr meint. Ich versammle gleich meine Männer. Soll ich hier auf euch warten? Nicht nötig, Milord. Geht ruhig vor. Wir folgen in Kürze. Ist gut. Wir sehen uns dann in Eastpool. Erwartet uns dort. Auf dass der Sieg unser sein möge. Auf dass der Sieg unser sein möge. Das wäre erledigt. Oder auch nicht. Was wird das Ding denn hier? Was soll's? Das muss auch gehen. Fast! Startbocker! Angriff! Startbocker! Was ist das? Das war's. Will noch irgendjemand? Das ist wohl ein Nein. Bravo. Eine grandiose Darbietung, Milord. Ihr habt zugesehen? Solltet ihr nicht nach akarsischen Ausschau halten? Haben wir. Wir haben unterwegs ein paar erledigt und waren rechtzeitig da, um euren Kampf gegen dieses Ding zu sehen. Hoffen wir, es war das Letzte seiner Art. Sollte doch noch eins auftauchen, seid ihr der Herausforderung sicher gewachsen. Das hoffe ich, Milord. Wenn eure Männer die Träger holen, die hier wohnen werden, wäre es vielleicht am besten, sie sofort kommen zu lassen, bevor andere unliebsame Gestalten auftauchen. Natürlich. Ich gebe dem Befehl zum sofortigen Aufbruch. Überlass das mir, Milord. Ein Zuhause. Ganz ohne Herren. Nein. Wir sind jetzt die Herren. Unser Leben gehört endlich uns. Das sind alle. Und kein einziger akarsischer in Sicht. Jetzt können wir den Wiederaufbau des Dorfes in Angriff nehmen. Es wird nicht einfach. Schon gar nicht nach fünf Jahren, in denen Bestien und Schurken hier ihr Unwesen getrieben haben. Die Mauern mögen noch stabil sein, aber die Hälfte der Balken ist morsch. Also von denen, die nicht durchs Feuer verloren gingen, wohlgemerkt. Ein hartes Stück Arbeit. Aber wir lassen Eastpool wieder aufleben. Wartet's ab. Sir Wade. Lady Hannah ruht hier. Wenn ihr erlaubt, möchte ich, dass Oskar beim Wiederaufbau hilft. Er sollte dazugehören. Natürlich. Ihr habt völlig recht. Ich sage Martha, dass hier alles in Ordnung ist. Falls ihr etwas braucht, sendet einfach einen Stolas. Das werden wir, Milord. Gute Reise. Eastpool erwacht wieder. Überbringen wir Martha die frohe Kunde. Als allererstes müssen wir uns um ein paar dieser Dächer kümmern. Demnächsten Sturm halten die wohl nicht mehr Stand. Ah, schon zurück? Dann lief alles gut? Ich höre, du hast die Banditen erledigt und die Hüter die Akasischen. Gute Arbeit. Und irgendwas hat er von einem wabbeligen Albtraum erzählt. Eigentlich will ich's nicht wissen. Sonst krieg ich selbst noch Albträume. Was zählt ist dein Erfolg. Jetzt können wir unser neues Dorf bauen. Ein neues Dorf. Wie willst du es nennen? Wie wohl? Eastpool. Sir, Wade hat gesagt, Wie viel Schlechtes auch dort passiert sein mag, das macht all das Gute dort nicht ungeschehen. Wir müssen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Das hat Wade gesagt. Nun, etwas in dieser Richtung. Jetzt aber haben sie erst einmal viel zu tun. Ihre Arbeit beginnt erst. Und das bedeutet auch die meiner. Ob sie Nahrung, Bauholz oder starke Hände brauchen, die Rast liefert alles Nötige. Danke, Martha. Ich danke dir. Du musstest nicht helfen. Ich wollte aber... Lord Rosfield, ich habe von Eastpool gehört, dass einige der Hüter dort ein neues Zuhause schaffen. Für sich und auch für ein paar von Marthas Trägern. Ist das wahr? Es stimmt. Das Dorf wird wieder aufgebaut. Ich erinnere mich gern an Eastpool. Wir haben dort oft meine Tante und meinen Onkel besucht. Sie haben mich verwöhnt, als wäre ich der Sohn, den sie nie hatten. Nach dem Tod meines Onkels bin ich manchmal zu ihr, aber ich hätte es öfter tun sollen. Oscar, ich möchte, dass du Sir Wade beim Wiederaufbau unterstützt. Aber Milord, ich muss noch so viel lernen und könnte unmöglich... Ich hatte dich gewarnt, dass ich streng sein würde, aber so hartherzig bin ich nicht. Geh. Geh zu deiner Tante. Bau ihr Haus wieder auf. Das hätte sie gewollt. Ja, Milord. Danke, Milord. Das werde ich nicht vergessen, Milord. Ich gehe nach Eastpool. Doch sobald die Arbeit dort getan ist, werde ich zurückkehren. Wenn das funktionieren soll, brauchen wir Hilfe. Clive, du kommst wie gerufen. Wie der Zufall es so will, brauchen wir gerade jetzt jemanden mit deinen Vorzügen. Und was wären das für Vorzüge? Deine Furchtlosigkeit und dein Geschick mit der Klinge. Ich höre. Wie du dir vermutlich denken kannst, brachte der dunkle Himmel noch einiges mit sich. Eine Welle des Chaos überschwemmte die Republik. Randela ist in einem besonders schlimmen Zustand. Viele Träger in der Hauptstadt haben ihre Herren verloren. Oder die Gelegenheit genutzt, zu fliehen. Natürlich bleibt keiner lange frei. Die meisten finden sich in der Obhut des Heeres wieder, ehe sie weit kommen. Doch auch im Heer regiert das Chaos. Und man ist nicht in der Lage, die neuen Schützlinge zu versorgen. Das bedeutet, dass sie sie verkaufen wollen. Und du willst sie kaufen, damit diese Herrenlosen Träger herrenlos bleiben? Ganz richtig. Die perfekte Gelegenheit, um Dutzende zu befreien. Und das zu einem attraktiven Preis. Und wo genau kommt meine Klinge ins Spiel? Wir haben zwar die Mittel, um diese Träger zu kaufen, können sie aber nirgends unterbringen. Also haben wir einen Ort gesucht, wohin wir sie umsiedeln können. Irgendwo weit weg von den neugierigen Augen derer, die sie erneut versklaven wollen. Und wir glauben, einen gefunden zu haben. Kaschlok. Ein kleiner Weiler, versteckt in einer Schlucht. Der Ort wurde vor langer Zeit aufgegeben. Aber als die Menschen auszogen, zogen die Bestien ein. Deshalb suchen wir einen furchtlosen Schwerkämpfer, der wilde Tiere nicht scheut. Damit dort wieder Menschen leben können. Hilfst du uns, Clive? Wie könnte ich ablehnen? Exzellent. Theo, würdest du dich bitte, wie wir es besprochen haben, um den Transport unserer Gäste kümmern? Natürlich. Überlass das mir. Klingt, als hättest du auch alle Hände voll zu tun. Hab ich. Schließlich müssen wir das Dorf auch bewohnbar machen. Mit Möbeln und all dem. Die Sachen vorzubereiten, wird ein schönes Stück Arbeit. Wir sehen uns also später. Versuch bitte, den Ort zu sichern, bevor die Wagen anrollen. Ja? Ich werde es versuchen. Das Dorf liegt in Cherdras Zirn, hinter der Lednikluft. Mein Helfer dort öffnet dir das Tor. Ist gut. Wünsch mir Glück. Das wirst du sicher nicht brauchen. Ah, du bist ein Freund der roten Karawane. Und deinem Aussehen nach bist du... Ich werde es versuchen. Ja. Doch wieder. Jetzt, Torgal! Jetzt, Torgal! Schnapp! Lass ihn! Gleiches! Da, Torgal! Er, Torgal! Lass ihn! Er, Torgal! 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 du wolltest reden der mann den ich beobachtet habe der mit l gesprochen hat er vertritt das silberhut konsortium weißt du ein großes handelshaus höre ich zum ersten mal nun jeder händler in dalmekia kennt es seine leute sind in der gesamten republik tätig und sie expandieren sie versuchen schon seit längerem eloise in ihr netzwerk einzubinden ihrer reaktion nach zu urteilen würde ich sagen dass sie beinahe bereit war das angebot anzunehmen und das würde dich stören nein ich will nur dass sie tut was sie glücklich macht solch eine gelegenheit würde ich ihr nie verwehren sie hat mich vor der sklaverei bewahrt und seither bemühen wir uns andere wie mich zu retten aber das ist weder das leben das meine schwester wollte noch das was sie verdient sie soll ihre träume nicht wieder für mich aufgeben sie hat meine fesseln gelöst nun muss sie von ihren befreit werden du hast ein gutes herz ich war immer dankbar für das was sie für mich getan hat ich möchte mich revanchieren und sie ihr leben leben lassen doch immer wenn sich eine gelegenheit dazu bietet schlägt sie sie aus mir zuliebe sie liebt dich und ich liebe sie deshalb soll es dieses mal anders sein ich will jetzt zeigen dass sie nicht mehr auf mich aufpassen muss allerdings werde ich von zeit zu zeit noch hilfe brauchen ich kann doch auf dich zählen immer danke klein also gut dann gehe ich besser wieder an die arbeit die träger siedeln sich nicht alleine um das ist eine aufgabe für die rote karawane